Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, Landwirtschaftssimulator 2015 Video. Diesmal ein bisschen anders und zwar, ihr seht, wir sind hier auf einer neuen Welt und ja, da kommen wir auch schon direkt eigentlich zu dem Thema oder zu der, zu dem eigentlichen Haupthandlung dieser, dieses Videos, ja. Es geht nämlich darum, ich möchte euch fragen, ja, wie schaut's aus, wollen wir denn eine eigene gemeinsame Welt starten, ja, also ich hab ja bis jetzt immer nur ein Let's Show gemacht von meiner alten Welt, die ich halt damals angefangen hab und auch recht gut hoch gewirtschaftet hab, wie ich mein. Und, ähm, natürlich kann man da noch, äh, gut durchaus was rausholen, ja, ich hab da noch einige Ideen, aber ich hab auch ein bisschen im Internet geschaut und so weiter, auch noch neue Maps und da ist mir zum Beispiel diese Welt aufgefallen, die heißt, ähm, ja, wie heißt die eigentlich? Die heißt Holzhausen. Holzhausen, da geht's hauptsächlich um Forst und Landwirtschaft, eh klar, oder? Und, ähm, ich find, die ist relativ schön aufgebaut, ja, also die hat wirklich, ähm, schön, das relativ realistische, sagen wir mal so, zusammengebaut als die andere Welt, äh, als die Originalwelt. Weil welcher Hof hat schon seine Kühe 2000 Kilometer an einem anderen Ort? Ähm, außerdem hat diese Welt hier noch ein paar Features, die hat einiges an Mods installiert, unter anderem hat man hier die Möglichkeit, relativ, so gut wie jedes Tor aufzubauen, zu machen und zu schließen und so weiter. Und, ähm, ich find das relativ geil, ja, gefällt mir gut. Und, ähm, du kannst da wirklich jedes, jedes Teil aufmachen, was du da gerade so siehst, so irgendwelche Zäune, Türen, Gatter, Odelgurm kannst du sogar extra öffnen. Ähm, hin und wieder gibt's ein paar kleine Bugs, das sind, glaub ich, so Grafikdarstellungen, was da hier ist. Man braucht man, es ist ein bisschen verpackt, wie gesagt, ist zwar schon die neueste Version von der Map. Ähm, von der Aufteilung gefällt mir sie richtig gut, ja, ich hab's, bin schon, hab mir mal alles verkauft, was ich hatte, bin einfach mal mit dem, hab mir dann ein RS6 gekauft und bin einfach mal rumgefahren und geschaut, was es hier alles so gibt. Und ich muss sagen, auch von der Aufteilung hier, man, ihr seht, man gibt's, es gibt einige richtig geile großen Felder, vor allem die Nummer 30, ja, die kostet zwar irgendwie 300.000 oder so, aber das Feld ist richtig, richtig groß und richtig, richtig geil. Ähm, ja, also finde ich recht gut aufgeteilt hier alles, ja, ähm, ist plausibler beieinander als, äh, wie gesagt, auf der anderen Welt, ja. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, wollt ihr oder hättet ihr Bock, dass wir quasi hier eine eigene Welt, eine neue Welt starten? Dann würde ich mir das, äh, quasi überlegen und hier neu, komplett neu quasi mit euch anfangen, es wird zwar dann trotzdem eher ein Let's Show werden als ein Let's Play, weil ich einfach nicht die Zeit und Lust habe, ähm, komplett alles, jede einzelne Minute aufzunehmen, aber ich glaub, da habt ihr auch keinen Bock, kein Bock drauf. Deswegen wäre das eher dann quasi wieder ein Let's Show, ich arbeite mich quasi hier komplett neu nach oben. Das liegt jetzt quasi an euch, hättet ihr dazu Bock? Wenn ja, Ja, ich stelle, äh, oh, ja, ja, oh, cool, wusste ich gar nicht, dass das da reingeht. Ähm, wie gesagt, hättet ihr dazu Bock? Wenn ja, schreibt mir bitte einfach unten in die Kommentare rein, ähm, ja, wäre cool, wenn du eine neue Welt startest hier auf der Welt. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr eine richtig geile Welt kennt, ja, dann schaue ich mir die vielleicht mal an. Ähm, ähm, wenn ihr natürlich sagt, nee, eigentlich, äh, find ich's, äh, bei der alten Welt geiler oder find ich interessanter, weil du da schon so viele Sachen hast, dann machen wir natürlich auf der alten Welt weiter. Wie gesagt, da hab ich auch noch einiges an Pläne und, ähm, ja, das war's eigentlich soweit dazu. Mehr gibt's eigentlich nichts zu sagen fürs Erste. Und, ja, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder, ja, ähm, ich werde mit Sicherheit noch ein, zwei Folgen, ähm, aufnehmen, bis das hier kommt, ja, also, bis wir dann hier quasi neu übergehen, da ich ja quasi ein bisschen Material im Voraus brauche. Aber ich möchte einfach jetzt mal eure Meinung dazu hören und, ja, ich bin gespannt. Wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Euer Hoden ist raus. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.